das war glaube ich dreimal uran was war das hier mit der rakete hat eine informationsrakete braucht man den quatsch das war die doch gar nicht die hier war echt zwei leiterplatten machen wir das ach wir machen das so zweimal hatte einmal raketen und hier und zweimal diesen uran zweimal diesen stadt da hat sich immer durch so zwei davon also wieso vergesse ich das immer menschen ich habe doch eben ja gut wir haben ja noch ein paar wir haben ja noch ein paar paar schränke die man abbauen kann hier triebwerk und zwei leiterplatten dann gehen wir runter zwei leiterplatten ein triebwerk und dann war das doch noch jetzt hier hat diesen chip mikrochip kompass ich will immer links um so mikrochip kompass das ist der hier silizium magnesium aluminium aluminium die peter ding nein und kette in die hohe sondern gibt mir ein herr der teil auch ganz sagen bohre ist das ding mit zwei schüsseln oben drauf dann ab mit dir alles steht das müsste der wasserfall sein hier ja genau hier ist das gewesen und hier hätten ist er die lava aber das das rote hier waren wir da schon du wirst du was ich jetzt mal machen werde ich werde mal da hinten hinfliegen wie das da jetzt mittlerweile aussieht war dann auch noch eine höhle guck mal der teleporter ist bald fertig er ist bald fertig ich werde mal hier noch mal reingucken ob wir hier überhaupt alles haben jetzt mit den mit den schränken die wir abbauen konnten auch hier waren wir noch drin oder obwohl hier kann ja auch wieder in der tür aufgegangen sein ich würde mal hier wieder so machen und hier gehen ja auch immer noch andere schränke auf hier das kann vielleicht auch müll sein hier mal hier an der schrank ist so er ist so wenn ich wüsste weil ich da vorhin weggebaut habe na sag ich doch guck wieder zwei okay so hier ist weiter nischt hier kann man auch nicht weiter abbauen so ich denke mal dann ist dieses raumschiff eigentlich komplett fertig weil hier sind keine türen mehr die kann ich auch nicht abbauen außer die hier aber ich denke mal nicht dass die aufgeht hier hatten wir ja auch alles dann ist dieses rüppel fertig und ich will trinken hallo wir trinken ist nicht so gehen wir hier mal gucken eigentlich würde ich ganz gerne dieses diesen unser schluss wieder wegreißen den wir hier gebaut haben der ist eigentlich total sinnlos der wir haben hier die leitere wir haben hier die leitere ich wollte erstmal hier gucken alles so hier ist alles weg hier ist das ist ja auch ein geiles fensterchen hier so hier haben wir auch bei den schränke sind abgebaut das ist auch kein schrott hier hier sind noch welche wie der dreimal leiterplatte die tue ist auch noch zu da ist definitiv auch noch was drinnen üblich hundertprozentig üblich hundertprozentig was glaube ich dir für einen scheiß hundertprozentig aber ich denke mal ich lasse das hier stehen scheiß drauf warte mal aber essen könnte ich wollte ja mal rüber gehen zum warte mal hier rausgehen zur schlucht wollte ich ja mal der warte mal wieder verkehrt für mich bescheuert wo sind ach da ist die schlucht und das sieht ja alles ganz anders aus hier in letzter zeit tut das mal an hier ist doch die höhle hier wo wir hier wo wir hier den borger hinsetzen wollten genau schwefel und genau wie sie jetzt unter wasser ob wir das mit noch nicht voll sein gemeine jetzt kann ich trinken ja ein bisschen platz habe ich nur und das noch reis okay bin voll hier ist immer noch eis meine güte ach da oben denke ich auch noch war ich hier schon oben war ich da schon drin hier geht es gar nicht rein ach doch 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 hier wo ich schon oder warte mal sollte schon gelesen komme ich gar nicht rein shit oder hier sollte vielleicht ne hier war ja ne hier komme ich nicht rein schade ich dachte jetzt auch mal irgendwas okay dann müssen wir an die kiste nochmal hier liegt auch noch was rum ich denke mal dass hier auch noch irgendwas freigeschalten was freigelegt wird oder haben wir das schon gesehen teleporter ab nach hause kann ich genauso teleportieren jetzt haben wir hier noch was drin gelassen das ist ja cool äh ja und nu ach da jetzt werden wir mal ein teleporter bauen da bin ich ja da werde ich mir ein teleporter von da nach da bauen unerforscht was war denn jetzt unerforscht wieder ich bin gespannt was ich für den unser schluss für den teleporter beruf ich wollte gerade wieder abbauen quatsch hier kann ich doch gucken äh wo haben wir ihn so viel brauchen wir dafür gar nicht ich hätte jetzt mehr gedacht energie 280 okay machen wir ich brauche einen superlegierungsstab äh warte mal wir werden gleich zwei nehmen ich bin ja voll okay ich muss mich erst abladen so wir haben immer noch keinen für den für den schlüssel gefunden ich weiß ich brauche näher das zieht wieder aber ist egal oh gott da bin ich auch schon fast voll ich bin voll schwefel gleich daneben leider platten haben wir jetzt mittlerweile vier stück wieder natürlich mehr und wir zählen so jetzt aber legierung super legierung starb im begleicht zwei ich glaube hier haben auch noch ein trainer so brauchen wir zweimal osminium dann brauchen wir zweimal zeolit dann brauchen wir viermal pulsarquartz 1 2 3 4 und zweimal obsidian so wo bauen wir den denn die teleporter hin ich würde sagen den bauen wir natürlich hier hin äh so oh gott ist das ein riesen ding oh nö muss denn da zu scheiße groß sein kann man ja auch draußen bauen ich baue den hier ich baue den erstmal hier hin ich kann ja wieder wegreißen ja das ist mir klar ach warte mal hier da kann man kann gehen denn er nicht das mal um bis oder wird sagen man kann doch alles so und dann werde ich mal da drüben hingehen hätte ich bin begeistert und das nenne ich warte mal ich werde erstmal dahin fliegen auch guck mal die bäume sehen die geil aus bin ich froh dass ich das ding hingesetzt habe die sind ja richtig sexy aus die dinge ich werde das hier hin bauen und dann werde ich das nennen den teleporter nenne ich denn wenn ich mal hier mittendrin erst mal einstellen und den nenne ich dns ja manchmal dns als erstes mal denn es ich bin ja so begeistert ist das geil das finde ich geil das finde ich richtig geil aber sowas von da müssen wir doch noch einen bauen für da hinten ja obwohl da hätten das nichts wichtiges ne also theoretisch brauchen wir nur hier ein erst mal ja warte mal bei dem ding hier ist ja ja eigentlich nichts unbedingt ne ne hier ist ja eigentlich nichts weiter aber ich werde mal gucken wie das jetzt hier hinten aussieht ja es wird immer noch so bläulich grünlich hier ja so hier war ja weiter eine schmitte drinne ne ist das neu ok okay ok OR чем zu von 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 Klar ist das neu, das war doch hier noch ja nicht. Dann muss ich das nochmal schnell leer machen. Bevor mit dem Raumschiff wieder irgendwas passiert, man weiß ja. Okay, den Trank habe ich ja da weggeräumt. Vielleicht sollte ich immer das Material mithaben für den Teleporter. Ne, sieht das geil aus mit den Bäumen. Ey, sag mal ehrlich, sieht das nicht hammergeil aus? Alleine die Bäume sehen geil aus, die finde ich richtig geil. So, dann packen wir die Leiterplatten gleich wieder hier rein. Na, guck mal, das sieht schon richtig gut aus mit den Leiterplatten. Ähm, Eisen, haben wir ja glaube ich hier bisschen was rausgenommen, ne? Noch nicht viel. Haben wir hier Eisen rausgenommen? Ja nix. Okay. Okay. Würde ich sagen, wir sind erstmal hier rein, komm. Geht nicht anders. So. Titan ist voll. Unten glaube ich auch, ne? Ja, shit. Okay, Titan auch hier rein. Aluminium. Haben wir noch ein bisschen Platz. Magnesium müsste unten voll sein, ne? Nee. Passt ein bisschen was rein. Hobalt. Okay, das restliche Magnesium. Ab in den Schredderer. Und Silizium müsste unten wieder ein bisschen was reinpassen. Jupp. Gut, dann würde ich sagen, bevor das hier alles rumliegt. Oh, weg. Weg. So. Wann haben wir denn noch schönes? Halt, warte mal. Ich wollte gucken, was das nächstes dran ist. Äh, hier. Oh, Teleporter. Geil. Was ist das hier? Baumstreuer 3 bei 32 GTI. Hm. Auch aus dem Stab. Achso, den kann ich noch gar nicht herstellen. Aha. Aha, 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 aha. Ob das vielleicht die Dinger sind für 155 QQM. Äh, 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 PPM. Was hab ich jetzt gesagt? Wie viel? Oh, ne, hier. 155. Ach du Scheiße. Der Sauerstoff, der geht ja gar nicht hoch vernünftig. Okay, also Sauerstoff müssen wir unbedingt, äh, Wärme ist, ne, Wärme sind wir durch. Okay. Wärme sind wir durch. Ach, dann geht die Wärme gar nicht erst weiter, wa? Da geht die Wärme gar nicht erst weiter. Mhm. Hm. Aber bewegen sich die Bienen wieder nicht? Okay, also ich muss noch mehr, noch mehr Sauerstoff herstellen. Biomasse war hier, ne? Bei 2. Oh, wir sind ja schon bei 1,39 Kilo Tonnen. Ich sag mal, ich sag mal jetzt Kilo Tonnen, ich weiß es jetzt nicht genau. was Kilo Tonnen wandert, ne? Hm. Da oben Biomasse. Bei 3,8. Dann hätten wir Wärme. Insektenverteilungsrakete. Wow. Luftdruck brauchen wir immer noch, echt? Okay. Was ist das? Fisch. Gasextrakte. Die Tiere fangen irgendwie noch gar nicht an, ne? Da brauchen wir wahrscheinlich, äh... Warte mal, Fisch. Ne, das war auch... Hier ist Fisch. Bei 30. Oha. Biomasse. Biomasse. Das war das hier. Ne, das war hier Algen, ne? Ne, auch nicht. Auch Biomasse. Erzeugt Biomasse. Biomasse. Das bestimmt auch, ne? Ne, das war jetzt... Ne, das ist Biomasse. Also brauchen wir noch mehr Algen, oder was? Ne, die Schmetterlinge sehen will ich nicht. Sauerstoff. Ja, ne, dann müssen wir theoretisch, ähm... war das jetzt hier dazugekommen ach so der teleporter ja da wirst mit theoretisch doch nachher stellen ein paar stück denn ist die biomasse wenigstens ein bisschen okay ich werde noch zweimal von den dingen herstellen also wir brauchen vier mal bio kunststoff wie viel haben wir davon muss drei jetzt bräuchte meine dieses andere denken so bio kunststoff pilz silizium wasser dann haben wir jetzt vier stück genau haben wir jetzt vier stück und dann brauchen wir zweimal dünge 12 zwei mal wasser hatte brauchen wir noch hier zwei mal wasser zwei mal magnesium und firma legierung so wie haben wir so dann ab würde ich sagen da habe ich da habe ich werde noch hier einmal verteilen sagen wir ja auch schon man die user haben wir ja schon so viel mensch ist egal welchen einmal rein so einmal genau da rein einmal wenn wir mal da hätten wir dahin fliegen weiß man nicht ob das jetzt was sinn macht er ob das nicht völlig egal ist wohin so da noch einmal rein so 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 so